UNTERTITELUNG Manchmal beneide ich dich. Keine Familie. Keine Verantwortung. Keine Sorgen. Das ist Walter. Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Der schleppt mehr weg als die ganzen Pappnasen hier zusammen. Ihren Namen hätte ich ganz gerne. Hey, was wird das? Papa! Danke. Ich muss jetzt wirklich gehen. Hören Sie, ich brauche Sie als Zeuge. Die sind anders drauf. Das ist nicht unsere Liga, verstehst du? Das sind kranke Typen. Ich bin Walter. Was hat Sie gestern Abend eigentlich hierhergebracht? Er weiß nicht, dass ich sein Vater bin. Die wollen uns nur hier rauskriegen. Die geben Roland, ihr tränkt nicht das Geld. Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass wir die Letzten sind, die noch hier im Haus wohnen? Der kauft davon billig ein Haus, entmietet es und verkauft es fürs Dreifahren. Ich würde die Männer nicht wiedererkennen. Nichts reicht, wenn Sie sagen, was Sie gesehen haben. Was ist los mit dir, alter Mann? Die sind gefährlich. Sie müssen ihr aussehen. Vielleicht verstehen Sie das nicht, aber es geht ja um meine Familie. Sie an meiner Stelle würden das doch auch tun. Sie wollen auch nicht einfach gehen. Sie sind ein guter Mensch, Walter. Ich bin kein guter Mensch. Doch, das sind Sie. Im ersten Moment kommt es eine große Weise bei uns, ich gebe einen kleinen anderen Moment. Wir haben jetzt die Interview mit ihm geенeträcht. Ich bin einolith, habe sie Ozon im im businen. Sie müssen gleich wieder erhöhten Sie das Bild. Ich finde möglich, was man schwer tun kann. Ich habe meine Familie ein gekauft, Diese Menschen sind Töлавung.